Im heutigen Video möchten wir euch ein Stationstraining vorstellen, womit ihr die Halte- und Stützmuskulatur eurer Spielerinnen und Spieler verbessern könnt. Das Ganze ist so aufgebaut, dass es ein Stationstraining ist, das heißt wir haben sieben verschiedene Übungen. Ihr könnt also eure Spieler auf diese sieben Stationen aufteilen, solltet am Anfang halt die Übungen erklären und trainiert letztendlich damit eigentlich alle Muskeln, die ihr für die athletischen Aktionen benötigt. Die erste Übung, die wir vorstellen, ist eine Übung zur Stärkung der Rücken- und Gesäßmuskulatur. Beide Bälle werden vom Boden abgehoben und oben gehalten, das Ganze 4x25 Sekunden, wobei der Blick die ganze Zeit Richtung Boden geht. Unsere zweite Station ist eine Übung zur Stärkung der gesamten Rumpfmuskulatur sowie erneut der Gesäßmuskulatur. Die Ausgangsposition wie hier gesehen einnehmen, wobei die Füße etwas weiter nach vorne positioniert sein könnten, sodass sich die Knie unterhalb der Hüfte befinden und einen 90-Grad-Winkel einnehmen. Dabei darauf achten, dass die Wirbelsäule gerade ist. Wenn diese Position eingenommen wird, dann ein Bein wie hier zu sehen nach oben führen. Dauerhaft dabei darauf achten, dass sich etwa das Knie im 90-Grad-Winkel befindet. Die ganze Übung wiederholen wir 20-mal, 2-mal pro Seite. Unsere dritte Station richtet sich erneut an die Rumpf- und Gesäßmuskulatur. Wir haben die gleiche Ausgangsposition wie in der zweiten Übung. Wir haben wieder hinten den 90-Grad-Winkel, wir haben vorne den Unterarmstütz und die Knie sind vom Boden abgehoben. Das Ganze heißt bei uns der pinkelnde Hund. Warum? Sieht man relativ einfach. Ein Bein wird zur Seite weggeklappt. Kleine Bewegungen, nicht hektisch dabei. Wieder 2-mal 20 Wiederholungen pro Seite. Und das war es eigentlich auch schon. Genauso durchführen, wie hier unsere Spielerin es macht. Und dann passt das alles. Unsere vierte Übung richtet sich erneut an die Rumpfmuskulatur, sowie die komplette Muskulatur der Körperrückseite, die sogenannte dorsale Kette. Ellenbogen unter den Schultern platzieren und die Fersen aufsetzen. Dann die Hüfte anheben, sodass sich der Körper in einer kompletten Linie befindet und geschreckt ist. Das Ganze halten wir 25 Sekunden lang und wiederholen die Übung nach einer kurzen Pause viermal, sodass wir, wie gesagt, auf viermal 25 Sekunden kommen. Unsere fünfte Station dient zur Stärkung der Oberkörper und der Armmuskulatur. Wir beginnen in der Bauchlage und drücken uns in den Liegestütz hoch. Dabei sind die Hände etwa schulterbreit aufgesetzt und die Fingerspitzen leicht nach innen gedreht. Während des Hochdrücken sollte der Körper gerade gehalten werden. Nicht erst den Oberkörper hochdrücken und danach die Knie strecken, wie es hier ein bisschen im Video der Fall ist. Abwechselnd kurzfristig in den einarbigen Stütz kommen, indem die Hand den Ellenbogen der Gegenseite berührt. Danach wieder in die Bauchlage und wieder hochdrücken und den anderen Arm anfassen. Das Ganze wiederholen wir viermal und führen die Übung jeweils 25 Sekunden durch. Unsere sechste Übung soll zur Stärkung der Bauchmuskulatur dehnen. Wir starten in der Rückenlage, haben die Arme neben dem Oberkörper abgelegt. Die Füße können überkreuzt sein, müssen jetzt nicht überkreuzt sein. Wie hier im Video können sie auch nebeneinander geführt werden. Überkreuzt wäre allerdings etwas schöner. Das Gesäß wird leicht abgehoben und die Füße werden dann langsam senkrecht nach oben bewegt und wieder zurück in die Ausgangsstellung gebracht. Wobei das Gesäß nicht komplett abgelegt werden sollte, sondern immer noch etwas über dem Boden bleibt. Auch wie in Übung 5 haben wir wieder vier Sätze a 25 Sekunden und das war es eigentlich schon. Unsere letzte Übung im Stationstraining dient der Stärkung der Rumpf- und der Schultermuskulatur. Wir starten aus der Seitenlage, platzieren die Füße so, dass wir die Fußspitzen noch sehen können. Den einen Ellenbogen halten wir, wie hier im Video zu sehen, unter den Schultern. Die Hüfte wird abgehoben, bis der Körper gestreckt ist und die Fußspitzen werden angezogen. Das obere Bein abheben und gestreckt langsam nach vorne und nach hinten bewegen. Vom Bewegungsspielraum her etwa eine Fußlänge lang. Darauf achten, dass die Schulter, auf der wir abgestützt sind, schön rausgestützt ist, dass da nicht irgendwie eingeknickt wird, sondern dass es sehr stabil gehalten wird. Wenn nötig, mit dem anderen Arm vorne abstützen, wie auch hier im Video zu sehen. Falls es nicht nötig ist, dann wäre noch schöner, wenn der Arm auf der Seite des Körpers abgelegt werden könnte. Die Übung wiederholen wir 20 Sekunden pro Seite, jede Seite zweimal. Und damit haben wir unser komplettes Stationstraining durch. Wie gesagt, wenn das gut läuft im Training, kann man es dann den Spielern für zu Hause mitgeben, um es aus dem Mannschaftstraining rauszunehmen und zu Hause durchzuführen. Zweimal die Woche wäre wünschenswert. Einmal die Woche ist natürlich auch in Ordnung. Und dann sehen Sie auch in Ordnung. Vielen Dank.